In diesem Video erfahren Sie, welche vielen Vorteile Ashwagandha für die Gesundheit hat und wie Sie die Heilpflanze verwenden können, um die Gesundheit der Nebennieren, Schilddrüse, Gehirn und vieles mehr zu verbessern. Ashwagandha ist aus klinischer Sicht wahrscheinlich eines der 10 besten Kräuter, die es auf diesem Planeten gibt. In der ayurvedischen Medizin in Indien ist Ashwagandha wirklich ein berühmtes Kraut. Was Ashwagandha so wertvoll macht, ist seine adaptogene Wirkung. Ein Adaptogen ist ein natürliches Heilmittel, das im Grunde Ihren Körper dazu bringt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Hier ist eine unglaublich wichtige Sache. Es gibt Studien über Patienten mit Schilddrüsenproblemen oder anderen Problemen wie hohem Cortisol. Die Studien zeigen, dass Patienten mit hohem Cortisol, wenn sie Ashwagandha einnahmen, ihre Cortisolspiegel senken konnten. Bei Patienten mit niedrigem Cortisol erhöhte sich das Cortisol. Ashwagandha hilft, den Körper wieder ins Gleichgewicht zu gehen. Ein Teil der Ursache seiner Wirksamkeit ist, dass es eine einzigartige Gruppe von Verbindungen enthält, die als Alkoholoide bezeichnet werden. Diese Stoffe unterstützen die neurologische Gesundheit und das Gewebe. Eine weitere unglaubliche Sache. Die Ashwagandha-Wurzel wird oft als indischer Ginseng bezeichnet, weil sie auch die Libido unterstützen kann. Ashwagandha wird in der ayurvedischen Medizin eingesetzt, um die körperliche Kraft zu verbessern. Ashwagandha ist großartig für Ausdauer und hat außergewöhnliche, stressabbauende Eigenschaften. Lassen Sie uns über einige der spezifischen Vorteile von Ashwagandha sprechen. Vorteil Nummer 1 Ashwagandha hat gezeigt, dass es die Ausdauer und Kraft erhöht. Das ist großartig für Sportler. Jeder, der Sport macht, sollte das wissen. Ashwagandha fördert Erholung sowie Ausdauer und Kraft. Vorteil Nummer 2 Ashwagandha reduziert Angst Ashwagandha arbeitet daran, Stress zu reduzieren, den Kortisolspiegel zu senken, Angst und sogar Depressionen zu lindern. Wenn Sie ständig ängstlich sind, ist Ashwagandha eines der besten Kräuter, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. Vorteil Nummer 3 Es gab eine unglaubliche Studie, in der die Forscher herausfanden, dass Ashwagandha zu hohe Spiegel an Schilddrüsen Hormonen senkt. Jedoch, wenn die Hormonwerte zu niedrig sind, hilft die Hormone zu erhöhen. Das ist das Unglaubliche an Ashwagandha. Es bringt den Körper wieder in die Balance. Also Ashwagandha hilft bei Hashimoto oder Morbus Baselduft. Ashwagandha hilft der Schilddrüse und den Nebennieren. Es hilft, es ist eines der besten Mittel für die Behandlung von Nebennierenschwächen. Wenn Sie Nebennierenprobleme oder Schilddrüsenprobleme haben, ist Ashwagandha eines der besten Helme. Vorteil Nummer 4 Ashwagandha verbessert die Stimmung Viele Menschen kämpfen heute mit Depressionen, mit Erschöpfung und haben einfach zu viel Stress im Leben. Ashwagandha hilft gegen Stress und ist ein natürliches Antidepressivo. Vorteil Nummer 5 Ashwagandha hilft der Gesundheit des Gehirns. Ob es um Alzheimer, Parkinson, ADHS bei Kindern und vieles mehr geht, Ashwagandha ist ein großartiges Kraut, weil es Hormone ausgleicht. Eine wachsende Zahl der Erkrankungen, die wir heute haben, wird durch Hormonstörungen verursacht, insbesondere Cortisol und Insulin. Ashwagandha ist gut für Diabetiker wegen seiner großen Vorteile auf Cortisol und Insulin. Wenn Sie einen Job haben, in dem Sie sich wirklich fokussieren und konzentrieren müssen oder Sie sind ein Student, dann eignet sich Ashwagandha hervorragend zur Verbesserung von Gedächtnis, Konzentration und Unterstützung der Gehirngesundheit. Die Dosis Ashwagandha ist in der Regel 500 Milligramm ein- bis zweimal täglich. Nehmen Sie Ashwagandha zusammen mit einer Diät, die reich an gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen sowie anderen Kräutern und Antioxidantien ist und entfernen Sie verarbeitete, konventionelle Weißmeerprodukte und überschüssigen Zucker aus Ihrer Ernährung. Also, Ashwagandha ist effektiv, egal wie Ihre Diät ist, aber wenn Sie die besten Ergebnisse erzielen wollen, um Ihre Schilddrüse, Nebennieren und Gehirn zu heilen und Ihre Stimmung zu verbessern, dann machen Sie mit Ashwagandha und zusätzlich einer gesunden Ernährung einen gewaltigen Sprung in die richtige Richtung. Sehen Sie sich diese erstaunlichen Vorteile an. Ashwagandha erhöht die Kraft und Ausdauer, reduziert Angstzustände, fördert die Gesundheit der Schilddrüse, verbessert die Stimmung und die Gesundheit des Gehirns und nützt den Nebennieren. Es nützt auch bei Unfruchtbarkeit und Impfpotenz, insbesondere bei Frauen in der Menopause. Ashwagandha hilft bei jeder Art von hormonellen Problemen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ashwagandha ist ein Kraut, das Sie jeden Tag verwenden können, um Ihr Leben besser und gesünder zu machen. Vielen Dank fürs Zusehen!